Und anscheinend macht mich das hier auch sehr wütend. Nein, Betty, nein. Kann ich die irgendwie boxen? Nein. Komm mit. Komm mit in den Chefsessel. Also nicht mit in den Chefsessel, du hast deinen eigenen Sessel da. Meiner hat eine größere Lehne hier. So. Business. Von hier aus kann ich mich nämlich nicht beklauen, die blöde Kuh. Hm. Okay, ich kann also mit ihr wahrscheinlich trinken. No, nach vorne. Aber jetzt erstmal. Ja. Wir sind bei Love. Ah, es geht doch relativ schnell. Love. Ich kriege also nichts dazu. Ähm. Dann trinken wir mal. Und wir machen den Balken jetzt mal voll. Baby. Gut. Ich würde sagen, das machen wir nicht. Sondern wir machen jetzt zum Beispiel mal das hier. Ich hoffe, das gefällt dir. Wenn nicht, müssen wir gleich nochmal vorne am Kaffeeautomaten-Business besprechen. Hola, Vita. La. 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 Na komm. Na. Nee. Okay, komm mit. Das hat man nicht so gefruchtet. Nehmen wir hier. Hier nochmal. Business. Ich muss hier auf Nummer sicher gehen. Komm mit. Na. Hier. Wir machen zusammen eine Pause. Ja. Okay. Balken geht natürlich jetzt. Es ist natürlich jetzt langsamer geworden. Ich wechsle jetzt einfach die Orte. Und dann sollten wir das aber auch trotzdem relativ schnell wieder vollkriegen. So, dann jetzt hier. Scheiße. Komm. Das mit den Komplimenten kann ich aber auch machen bei ihr, oder? Das hat, glaube ich, auch funktioniert. Könntest du mal bitte aufstehen? Scheiße. Oh, scheiße. Okay. Komplimente, Komplimente. Versuchen wir das jetzt so lange. Der Typ, der schneicht ja auch in Dauern ab. Gut, das geht auch. Komm. Balken wächst noch ein bisschen. Oh Gott, das ist die letzte. Deswegen ist das auch gerade eigentlich doch spannend. Und ein bisschen nervenaufreibend. Was hältst du da nicht hier von? Ah, auch okay. Gut, gut, gut. Doch. Ich muss nicht meine Wut loswerden. Warte, wir können uns doch eine Kopie runterhalten. Komm mal mit. So. Warte, stopp. Das macht einen erheblichen Schwung nach vorne. Krass. Hier, du auch. Oh Gott, ich muss aufpassen. Meine Werte verspeichern. Nein. Nein. Okay. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Komm mal mit. Ich werde hier mit einem vollen Balken rum. Bitte beklau mich jetzt hier wieder nicht. Das wäre echt super. Eine Stunde und acht nehme ich schon wieder auf. Das ist unfassbar. Du mochtest das vorne noch. De blöde Kuh. No. La 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 la. No. No, 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 no. Nein, 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 nein. Blöde Kuh. Ich mag die nicht. Entschuldigung. Business. Das müsste ja Wobbelwobbel wieder einen Schwung nach vorne machen. Okay. Okay. Ja, Business ist wirklich sehr sexy. Ja. Okay. Und jetzt sind wir bei... Ich speichere diesen wundervollen Fortschrittsicherheitshalber mal. Und wir schauen mal, was sich so beim Kopierer hier ergibt. So. Ahem. Slam Face. Ja, das würde ich wirklich sehr gerne machen. Business. Woo. Woo. Oh Gott. Oh, wie ihr Business macht. Das ist so hot! Nein, 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 nein. Nein, nee. Dieses Jahr ist so und so bisserl. Das machen dir bei dir keine Gedanken. Na, hier. Guck sie an. Guck genau hin. Na, wie findest du das? Hm? Na toll. Was? Oh yeah. Der Balken! Der Balken, der Balken! Du musst aufpassen, du musst aufpassen. Okay. Okay. Ich komm gleich wieder, ich komm gleich wieder, ich komm gleich wieder. Ich weiß nicht, vorhin. Ganz kurz. Nein! Nein! Okay, warte. Den hier, damit ich den hier schnell machen kann. Nochmal. Okay. Okay. Los, 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 los. Los, komm mit. Denn ich bin hier der Chef. Du, du. Okay. Gut. Okay. Das war ein langer, harter Weg. Okay, wir sind noch nicht ganz fertig, aber... Guck mal alle, was wir hier machen. Okay. 9-0-0-0-0-0-0-0. Nein! Okay, es sollte aber reichen. Ich bin der Chef einer erfolgreichen Firma. Hat der gerade gepinkelt? Was hast du so angehört mit deinem Geräusch jetzt? Äh, Entschuldigung. Halli, halli, halli. Ja, lalala. Oh, okay. Nein, das ist aber... Oh, ich hätte natürlich wenigstens noch was zu stehen. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Machen wir voll und dann... Okay, jetzt wird es... Es dauert natürlich... Jetzt bleibt es ein bisschen da mit den Balken, aber ich glaube, ich brauche einfach nur einen Aktenkoffer irgendwo gleich. Und Alkohol! Komm mal mit. Entweder überlegen, wo wir angefangen haben, ne. Das ist schon, äh... Ja, das ist hier. Mach ich doch mal den hier. Und jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Allerdings sollte man daraus keine Lehre fürs Leben ziehen, bitte. Aber es ist nur ein Spiel. Okay. Aber ich hätte viele YouTuber haben das so geschafft. Hat sie nicht gesagt. Nein, mit meinem Spaß. Sag mal, was hältst du denn hier von... Von dem hier? Aber ich möchte gerne... Ich möchte gerne das mit der... Mit der Akkentasche irgendwo machen. Manu. Weißt wo. Komm mal mit. Einmal hier hin. Liebe Zuschauer, ihr habt es bald hinter euch. Ihr habt es bald geschafft. Und ich bin sehr stolz auf jeden Einzelnen von euch. Okay. Ich tue schon so hier so voll Aufbruchstimmung. Oh Gott, ich kann es kaum abwarten. Heul nicht rum. Heul nicht rum. Heul nicht rum. Lama. Ah, 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 ah. Ja, weiß aber nicht. Warte. Ah, minimal. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wo ich hingehe. Man geht aber den Ehemann nicht fremd, Fräulein. Ich muss dir jetzt eine Lektion erteilen. Komm mal bitte mit. Die Lektion, die kann ich dir nur im Badezimmer erteilen. Warte. Hier so drauf. So, hier so rein. So, steh ich mich jetzt hier hin. Aber bitte den Aktenkoffer. Bitte. Hey, 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 hey. Ich muss dir noch eine wichtige Frage stellen. Okay. Der Endgegner. Der Endgegner. Äh. Es ist eigentlich so ass und so. Ah, schön. Speichern. Komm mit, Rebecca. Ich muss mit dir reden in meinem Büro. Auf der Couch. Äh. Rebecca. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Dankeschön. Dass ich dafür erst Geld brauchte. Könnte mal bitte der Kopf nicht immer filmen. Das ist leicht gruselig in diesem Spiel. Das ist ein sehr gruseliger Bug. Und ein sehr verstörender Bug. Okay. Okay. Muss ich echt ein bisschen aufpassen. Aber okay. Wie gesagt, es ist der Endgegner. Ich habe dann tatsächlich Seven Sins durchgespielt. Was? Ja. Komm mal mit. Das ist mir gerade echt viel zu heikel. Deswegen muss ich wirklich aufpassen. wegen dem rosa Balken oben. Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber okay. Okay. Schaum. Schaum. Jetzt sind die Haare weg. Wir ignorieren das einfach mal. Ist aber cool. Wenigstens sind da nicht nur... Schaut euch mal vor, da wären nur Augen. Ja, 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 ja. Oh Gott. Hm. Komm, das müsste eigentlich voll den Ausschlag geben jetzt. Oh Gott, ich muss echt aufpassen. Oh Gott. Okay, wen ist da... Ich gehe jetzt gleich zum Fotokopierer. Ich gehe jetzt zum Fotokopierer. Warte mal. Mist. Okay, warte. So. Ähm. So. Ja, ja, ja. Stopp, 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 stopp. Ist so in Ordnung jetzt. Die haut gleich ab. Ah, Mist. Okay, warte. Wollt es weggehen? Ich hole dich gleich sofort wieder. So, das reicht erstmal. Komm mit mir mit. Gomez. Ich weiß, die haben uns auch sehr gut verstanden. Aber ich habe ein Business zu erledigen. Mit dieser jungen Dame. Sehr wichtiges Business. Ich schau dir das mal an. Du darfst einmal schauen. Ich gewähre dir einen exklusiven Einblick auf meine haarige Hühnerbrust. Ich vergesse dich immer, was das denn so auf ist. Super. Jetzt Achtung. Jetzt wird es lustig. Das Teil ist auf einmal ein Zweiteiler. Aber okay. Gut. Da kann ich. Da ist nämlich der Oberpro drin. Ich habe gesagt, da bin ich der Oberpro drin. Nein. Ich bin der Oberpro. Oh. Naja, egal. Muss ich auch nicht unbedingt. Es ist völlig okay. Es ist wirklich völlig okay. Es wird die Finger, es wird pinkeln. So. Okay, warte, warte, warte. Ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden. Bitte verlass mich jetzt nicht hier. Warte. Invite, invite. Komm mal mit. Und jetzt kann ich nämlich da. Ach, das muss ich schaffen. Scheiße. Okay. Keine Sorge. Ich schaffe das. Wir sind so weit gekommen. Da finde ich ihn auch nochmal. Den Punkt. Ich drücke und der macht das nicht. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich schaffe das. Der tritt mich auf. Hör, das, dieses Pico-Geräusch dabei immer. Ich zeige dir jetzt, wer der Boss ist. Ich zeige dir jetzt, wer der Boss ist. So. 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 Und nochmal. Konzentrier dich. Du hast es gerade die ganze Zeit geschafft. Aber weil der den G-Bug nicht findet. Nein. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Immer bei 94. Jetzt gibt es wilden Netzwerks. Achtung. Solltest du doch mal mit dem Gesicht auf den Kopier hier machen. Und ihr dabei das Ding auf dem Schädel auf. Oh Gott. Wie nenne ich den Folgentitel? Jetzt kann ich so viel. Jetzt kann ich wirklich spielen damit. Nein. Nein. Genau. So rum geht es bestimmt. Und nochmal. Ich bin so fertig. So. Dann mal hinsetzen. Jetzt aber. Wo habe ich? Boah, wie schwer das einfach ist. Mann! Ne. Echt nicht. Echt nicht. Die letzte. Es ist doch einfach nicht wahr. Natürlich ist das nicht einfach dann. Aber immer so knapp. Ich muss ihn aber mal loben hier. Der gibt nicht auf. Gomez, nein! Oh, Gomez, nein! Ich weiß wieso. Das war nicht der richtige Ort. Komm mal mit. Das ist der richtige Ort. Hier klappt es. Hier klappt es. Huch! Oh! Okay. 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 Ich habe es geschafft. The free game. Have some more fun and then you're gonna... Okay. Yeah. Was? Oh, the dream. Hä? Was? I can't get over it. A lousy sales assistant making that much money. But don't get too high and mighty. I'm still the richest. With what I copiously pilfered from Sox's cash desk, I have amassed a collection of paintings from the masters. These paintings are my greatest treasure. I dare you to gather such a prestigious collection. And don't forget, I'm still the rich boss. And you're a mere poor employee. In your dream, the demon of John Smith, who else you dreamt of? You must hold of what his dear says. Ich soll jetzt deine... Ich soll zehn Gemälde von Mr. Smith klauen. Okay. Ich bin gar verwirrt. Ich dachte, das Spiel wäre gleich zu Ende. Hä? Nummer eins. Okay. Okay. Ich bin gerade sehr verwirrt. Was ist das hier? Okay. Der guckt nicht. Was ist das denn für eine Sage hier? Okay. 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 Aber das ist doch nur ein Traum. Deswegen kann es doch eigentlich gar nicht. Okay. Der war noch umgedreht. Der Typ war noch umgedreht. Oh Gott. Was ist das denn für ein komisches Zeug hier? Ich verstehe es gar nicht. Oh Gott. Okay. Das sollte noch klappen. Oh Scheiße. Ich verstehe das gerade hier überhaupt nicht. Ich meine, okay. Man ist jetzt quasi wieder beim ersten Stage. Aber. So, wie viel habe ich denn jetzt? Oh, ich kann auch nach oben gehen. Oh Scheiße. Ich hoffe, die hat mich nicht gesehen. Okay, das ist das Vorletzte. Ähm, wo sind meine Augen? Naja, das mache ich einfach. Das kriege ich schon nicht mit. Okay, das Vorletzte war das jetzt. Jetzt kommt das Letzte. Okay, ich habe 10 Wäder jetzt geklaut. Ich habe nur 10 Wäder jetzt geklaut. Ah, nein, habe ich nicht. Er hat es nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen. Okay. Ihr seht, ich kann das mit den Tasten. Ich verstehe, wieso das andere Minispiel nicht funktioniert hat. So. Hä? Was muss ich... Was soll das denn jetzt? Was ist das hier? Oh nein, muss ich das jetzt... Oh Gott, nein. Hey Mann, I'm here to remind you that despite your schemes, I am still the freaking rock'n'roll star here, huh? All the chicks drool over my posters, stuck up on their walls. Ha, 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 ha. Ich revolutionise rock'n, Mann. Ich habe Baby Jesus. Es war ein vor Lee Thomas. Und es war ein vor Lee Thomas. Ich weiß, was ich sagen? Nein? Ja, nichts. Ich bin nicht ein freaking artist. Komm und confronte mich auf der Stade, ihr freaking loser. Okay, go on stage and beat. Three times? A pride game? Was war denn noch als pride game? Hey, oh, 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 wow. Hallo. Jawohl. Was war das?